Hallihallo, 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 liebe Freunde, liebe Fans, liebe YouTubler, herzlich willkommen hier bei Tursties World. Ich habe eine Bestellung bei World of Sweets gemacht, also wo man Süßigkeiten und so weiter bestellen kann, was ich ja nicht froh. Aber nichtsdestotrotz habe ich eine Bestellung gemacht und ich habe den Karton bekommen. Da ist er, der Karton hier. Da ist der Karton, der Karton, der Karton. Ich habe ihn bekommen und jetzt mache ich ihn. Habe ich ihn auf, also ich mache ihn jetzt auf, da mache ich ihn auf, da mache ich ihn auf. Da ist World of Sweets, da ist World of Sweets, die Bestellung, da habe ich dann auch hier so Punkte gekriegt, keine Ahnung, kriege ich war doch dabei. Da natürlich hier das Papier, das gehört auch dazu. Ist aber nicht essbar, ne? Und da sind sie. Hahaha. Oh ja. Lollis. 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 Und dann hier. Hm. Das sind Lakritz-Spiralen, habe ich mir bestellt, ne? Unter anderem. Da hier da Lollis. Das sind so, Moment, ich packe mal kurz. Hier, ne? Das sind so Lakritz-Lollis, ne? Die Mango. Der schmackt dann gut. Die habe ich schon mal gehabt. So, hier ist der eine Lakritz-Lolli weg. Den werde ich mal. Da kriegst du Lollis. So. Dann. Popcorn, ne? Popcorn, Popcorn. Alles, was ich natürlich nicht sollte. Dann hier. Da bin ich mal gespannt, ne? Das kenne ich nicht, was das hier so ist. Das sind. Ich gucke mal hinten drauf. Toll. Wieder so unheimlich groß gedruckt. Achte, meine Güte. Äh, das sind Brezelstückchen mit Honig, Senf und Zwiebelgeschmack hier. Könnt ihr das lesen? Oh, äh, Moment, 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 hier. Wenn ich das jetzt noch näher ran, nö. Kann man nie liegen, ne? Aber es sind Brezelstückchen mit Senf und Zwiebelgeschmack, ne? Senf und Zwiebelgeschmack. Haha. Brezelstückchen mit Senf und Zwiebelgeschmack. Kann man mal sehen. Dasselbe mit Jalapeno, ne? Jalapeno. Jalapeno. Jalapeno-Geschmack. Hier. Haha. Ne? Beef Jerky. Weil die Amerikaner stehen ja so auf Beef Jerky, hab ich mir gedacht. Dann versuchst du das auch mal. Dann haben sie gleich dabei geschürzt. Mit Sauendoffel Fett, Eiweiß, Kilokalorie, ne? Was steht hinten drauf? Achtung, wenn sie dieses essen, werden sie gleich tot. Ne? Achtung, wenn sie das essen, werden sie gleich tot umfahren. Ha ha ha. Hu ha. Haribo. Violett, ne? Mmh. Sie aufholt. So. Und dann hier. Dänische Salzlackertipp. Mmh, 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 mmh. Und ich muss mal. Ah, hier da sind sie. Da sind sie. Salz und Pferd. Mmh, 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 mmh. Die schmecken wirklich gut. würzige und hier auch mein lieblings deutsch weiß ich natürlich nicht essen so überhaupt nicht essen sollte gar nicht null nada mexican spicy ist das übrigens ich weiß nicht kann man das kannst du doch mexican spicy so einigermaßen lesen der wahnsinn so welch mal ein bisschen probieren nicht ja nicht alles um gottes willen als ich darf es ja ähnlich party snack du meine güte party snack da kann ich aber nur mit kumpels zusammen werden wir das vernichten für die für eine person ist ein bisschen zu viel mit kumpels zusammen so dann manchmal führe ich das mal ein bisschen hat ein lolli die schmecken also die weiß ich ganz genau das schmeckt ganz toll und wenn ich euch berichten wie das alles so geschmeckt hat sprich vor allen dingen auch wie das hier so schmeckt da werde ich euch das mal berichten wie das alles so so dann wünsche ich euch alles gute bis zum nächsten mal hier auf tustis macht's gut